Bam! Bianca fragt Videos für Motivation. Wäre echt geil. Freue mich sehr drauf. Geil! Leute, wir haben es schon vor einem halben Jahr angekündigt, dass wir auf dem Kanal Motivationsvideos, Lerntippsvideos machen wollen, Fragen machen wollen und das alles machen wir jetzt. Geil! Ab jetzt gibt es nämlich zwei Uploads die Woche. Endlich ist es soweit. Der eine Upload ist genau das Video hier. Also wir nehmen die häufigsten Fragen, Anregungen, Wünschen von euch und antworten darauf, dass ihr das alles kompakt in einem Video habt. Und die zweite Videoformatreihe ist zum Thema effizienter Lernen und da werden wir dann zu bestimmten Themen ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Aber Leute, freut euch drauf. Das werden richtig geile Videos. Also abonniert schon mal den Channel und stellt jetzt eure Fragen in den Kommentaren, dann können wir in den nächsten Wochen, Jahren, Jahrzehnten mal. Habt ihr Spaß? Ciao! Geil! Ciao! Nächste Video. Wir machen zwischendrin immer irgendwas Fettes rein, damit man das einfacher findet in der Forschung. Das ist das nächste Video. Ich habe gedacht, jetzt kommt deine Mutter ins Bild. Dein Mutter mit zwei Klappen. Geil! Ich hoffe nicht, kommt das rein. Das ist auch reich.